Psychografische Kriterien sind Einstellungsfragen. Charaktermerkmale sagen auch manche. Beispiel Ökos. Es gab auch mal eine Zielgruppe, die nannte man die Jappies oder Dings. Double Income, No Kids ist eigentlich ja eher demografisch. Double Income, No Kids ist eigentlich eher demografisch. Aber man macht es in der Betrachtung zu einer Lebenseinstellungssache. Was war die Einstellung der Generation meiner Eltern? Unsere Kinder sollen es mal besser haben. Kennen Sie das? Unsere Kinder sollen es mal besser haben. Was ist die Einstellung von Dings? Double Income, No Kids. Wir wollen es gut haben. Psychografisch. Nicht so sehr demografisch. Sie sehen aber auch, die Grenzen sind fließend. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert. Vielen Dank. gut